Meine Lieben, wir versuchen jetzt mal etwas komplett Neues. Viele haben es sich gewünscht. Ich habe lange Zeit gedacht, das ist glaube ich keine so gute Idee. Wir schauen uns jetzt mal eine Reaktion auf ein Video von mir an, um darauf zu reagieren, wie die Reaktion stattgefunden hat. Ich bin gespannt. Ich wurde von einigen Stellen auf diese Reaktion von TJ hingewiesen. Und das muss ja einen Grund haben, irgendwie. Also eine Reaktion an dieser Stelle. Gucken wir mal, was daraus wird. Das wird vor allen Dingen ein bisschen peinlich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist mir ein bisschen unangenehm, dabei beobachtet zu werden, also beziehungsweise anwesend zu sein, wenn Beiträge von mir gesehen werden. Das ist mir tatsächlich sehr unangenehm, auch wenn ich mir sehr viel Mühe gebe, aber... Na gut, schauen wir mal rein. Vielleicht halte ich es ja durch. Der Chat hat mir vorgeschlagen, ich soll auf das Video vom Parabelritter reagieren. Buddy Poverty ist gescheitert. Buddy Poverty. Buddy Poverty. Gibt es das? Moment. Das interessiert mich. Buddy Poverty. Nein, gibt es noch nicht als Phänomen. Was könnte das sein? Buddy Poverty. Was könnte das sein? Aber ein nice Setup. Ich brauche unbedingt mehr Pflanzen bei mir. Ja, lass machen. Komm, lass machen. Lass uns da reingehen. Das Ding ist, den Titel, muss ich ehrlich sagen, bin ich bis jetzt kein Fan von. Ich habe das Gefühl, dass immer Menschen sich in ihren Körpern wohlfühlen, auch wenn sie kleine Makel haben. So zum Beispiel, weiß ich nicht, ein übergroßes Muttermal oder sowas. Und dafür ist Buddy Positivity ja da, dass man sagt, hey, das ist vollkommen okay. Buddy Positivity ist ja, dass jeder sich in seinem Körper wohlfühlen soll und darf. Aber Buddy Positivity ist nicht, dass jeder Körper gesund ist. Das verstehen halt viele momentan nicht. Darum geht es ja gar nicht. Nee, Moment, warte. Moment, das muss ich nochmal hören. Moment. Das ist vollkommen okay. Buddy Positivity ist ja, dass jeder sich in seinem Körper wohlfühlen soll und darf. Aber, genau, die Positivity ist nicht, dass jeder Körper gesund ist. Das. Leider nicht. Das ist eigentlich zusammengefasst schon das, was ich sage in dem Video. Dass es gut wäre, wenn dem so wäre. Was ja Buddy Neutrality ist, irgendwie. Also zusätzlich dazu, dass man eben den Körper komplett aus der Rechnung rausnimmt. Aber that's actually ja eigentlich der Punkt. Dass eben nicht jeder Körper gesund ist. Richtig. Das verstehen halt viele momentan nicht. Das ist die große Problematik, die ich so mitbekomme. Und aber wie schon gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass es gescheitert ist. Ich habe nur das Gefühl, dass es ein bisschen zu weit geht gerade. Dass Leute sagen, ja, nee, mein Körper ist gesund, so wie er ist. Obwohl er zum Beispiel sehr übergewichtig ist. Wie bei dieser Dame. Diese Dame kann von sich aus sagen, ich habe einen schönen Körper. Das ist vollkommen fine. Aber diese Dame hat halt eben leider keinen gesunden Körper mehr. Okay, lass uns mal... Jetzt bin ich gespannt, weil im Endeffekt ist das ja genau das, was ich gesagt habe. Ich meine, holy crap, guckt euch mal das Verhältnis hier an. Ich habe leider nicht so ein Add-on installiert. Ich habe noch nicht so richtig wahrgenommen, wie das Verhältnis zwischen Like und Dislike Ratio hier ist. Ei, ei, ei. ...in Video reingehend vom lieben Parabarita Abfahrt. Let's go rein ins Video. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztens... Haben wir keinen Anzug, Bruder? Was los? Ha, 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 ha. Erkannt, erkannt, erkannt. Sehr gut. Das neue Format kann ich euch noch mal ganz kurz erklären. Ich habe jetzt ein zusätzliches Format sozusagen eingeführt, wo ich gewisse Inhalte runterkondensiere auf 15 Minuten, so roundabout 15 Minuten Kernaussage, dass man das quasi mehr auf den Punkt bringt. So ein Exposer oder so wird nach wie vor so übelst lang sein und so weiter, aber die Videos, die ich die silbernen Videos nenne, die sind, ähm, ein bisschen weniger, wie kann ich das sagen, oberlehrerhaft vielleicht? Ja, also ein bisschen direkter einfach formuliert. Wir haben in unserem Stream dieses 13-Fragen-Video gesehen. Ja, das Video war natürlich jetzt nicht so das beste Video, sagen wir mal so, weil das Video war nicht 3 gegen 3, das Video war 5. Bisschen knackiger, genau. 5 gegen 1. Anwesende Arzt. Silber-Video, weil die Thumbnail-Farbe silbern ist. Also vielleicht ist es euch ja aufgefallen, die verschiedenen Thumbnail-Farben auf meinen Kanälen haben unterschiedliche Kategorisierungsbedeutung. Ja, orangene sind quasi so Service-Videos, wo ich ein bisschen was erkläre und so einzelne Phänomene durchschaue oder aufkläre über einzelne Phänomene. Die roten sind Exposed-Videos. Die grünen, ich hatte mal angefangen mit grünen Videos. Die grünen sind eigentlich eher so reine Info-Videos. Das macht mir aber nicht so einen Spaß, muss ich zugeben. Auf dem Zweitkanal gibt es die Lilan, das sind die Reaction-Videos. Und dann gibt es die, ich sag mal, Beigen-Videos, das sind die Informations-Videos, die im Zweitkanal-Stil veröffentlicht werden. Dann gibt es die blauen Videos. Die blauen Videos, das sind die Eisberg-Videos. Also alles hat quasi so einen Farbcode. Sagte folgendes. Ich bin jetzt einen Schritt zurückgegangen, nur weil ich einen Fakt genannt habe. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Das ist ein Riesenproblem, dass man nicht einfach, mein statistischer Fakt, okay, es ist so, es ist eine Kummer. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch... Krass, nicht bemerkt, wirklich? Also, ja, also wie gesagt, das hat halt so den, dass ihr immer sofort wisst, worauf läuft es hinaus in dem Video. Dass ihr das quasi schon in eurer Erwartungshaltung verinnerlicht habt. Okay, jetzt kommt ein rotes, das heißt, jetzt gibt es hier eine Dreiviertelstunde aufs Maul. Oder kommt ein orangenes, das sind jetzt 25 intensive Minuten zu einem spezifischen Thema. Auch was anderes beweisen. Es gibt bestimmt auch andere Fakten, die das Gegenteil beweisen. Der Fakt war übrigens, dass übergewichtige Menschen öfters an mentalen Krankheiten erleiden. Nicht nur an körperlichen, sondern auch an mentalen Krankheiten. Was natürlich auch daran liegt, dass diese übergewichtigen Menschen von der Gesellschaft eher fertig gemacht werden. Oder eher beleidigt werden, eher gemobbt werden. Dennoch ist es ein Fakt. Klar, bitte nochmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fakten und Interpretation. Und wenn ich dann, oder wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, finde ich es auch völlig okay zu sagen, sorry, aber das finde ich nicht in Ordnung. Naja, das war ein Fakt, das ist keine Meinung mehr. Wie können Leute, also es gibt so viele YouTuber, auch so Meinungsblogger, die manchmal nicht checken, dass es einen Unterschied zwischen Fakten und Meinungen gibt. Das ist wie so ein gesellschaftliches Problem irgendwie. Ich werde auch immer als Meinungsblogger bezeichnet in letzter Zeit und denke mir, nein Leute, Moment. Stopp, Timeout. Timeout, wenn es irgendetwas nicht ist, was ich tue, außer vielleicht im Stream. Zugegeben, wenn ich da in dem Moment gerade keine Fakten habe, mit denen ich um mich werfen kann. Ist es eine Sache nicht, nämlich Meinungsblogging. Fakten wurden da mit Meinungen auf eine Ebene gestellt. Und niemand griff ein. Und da bin ich vielleicht ein kleines bisschen explodiert. Ja, wirklich, als ich das Video auch gesehen habe, ich habe gelacht. Ich habe dabei gekocht und dachte, ich muss einfach lachen. Also ich war ein bisschen triggert, aber ich... Oh Gott, ey, da würde ich sofort alles anbrennen lassen in dem Moment. Bei so einer Stelle wäre ich komplett mit dem Gedanken nicht mehr im eigentlichen Hier und Jetzt, sondern sofort auf 180. Aber das war ich ja auch in dem Moment, als ich das damals noch aus meiner anderen Streaming-Position gestreamt habe. Ich momentan, ich trainiere mich an, einfach Leute auszulachen, wenn die dumme Scheiße labern. Weil es bringt nichts, mit sich aufzuregen. Ja, wenn wir... Bringt nur den... Mach du den... Ach, mach du den... Ähm... Wie heißt der Scheiß nochmal? Das Stresshormon. Nicht Cholesterin, sondern... Wissen Sie, was ich meine? Mach du den Spiegel hoch. Nicht gut. Äh, Diskussionsrunden zulassen, in denen Fakten nicht mehr zugelassen werden. Ich finde übrigens geil, die sehen das gerade gar nicht. Parabel-Ritter in seinen... Cortisol, genau. Mach nur den Cortisol-Spiegel hoch, sich aufzuregen. Bringt gar nichts. Ich finde geil, der läuft immer in seinen... In seinen Streams. Das finde ich sehr geil. Weil man sich ja jetzt in dem Moment nicht nachgoogeln kann, dann... Es ist einfach... Er läuft einfach Marathon. Ist so geil. Sind die obsolet? Ich glaube, dass wenn ich laufe, dass ich da auch ein bisschen aggressiver drauf bin. Ich fühle mich gerade... Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, dass ich nur heute gerade nicht laufe. Aber mir ist aufgefallen, wenn ein Video für Reaction geplant ist, sag ich mal, und ich dabei laufe, das irritiert die Leute einfach zu sehr. Es ist obsolet. Mich interessiert so ein Scheißdreck, was Leute fühlen zu irgendwelchen Themen, wenn es um eine Sachdiskussion geht. Das ist völlig irrelevant. Aber die Leute verstehen den Unterschied nicht mehr. Ich weiß, dass ich damit einen kompletten Shitstorm produziere, aber es muss sich endlich mal jemand trauen, dass... Okay, okay, ich bin gespannt. ... das klipp und klar auszusprechen, deswegen mache ich das jetzt. Body Positivity ist gescheitert und hat von Anfang an das Falsche gefordert. Zu dem Konzept der Silbervideos zur Erklärung gehört übrigens auch, dass man am Anfang einen Fuck droppt, der erstmal für Kontroverse sorgt, um die Leute an das Video zu binden, die eine ganz spezifische Meinung haben, der ich dann mit Fakten widerspreche. Also es ist quasi am Anfang immer so produziert, dass man auf einem Erkenntnisweg mitgenommen wird. Und es scheint erstmal meiner kompletten Position zu widersprechen, sodass da erstmal so eine Art Paradox entsteht. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich verrate hier viel zu viel. Mal kurz off-time. Findet ihr eine solche Reacception eigentlich cool? Schreibt mir das mal runter in die Kommentare. Bisher der Frust bei YouTubern, die Original Content produzieren, der wird ja immer größer im Verhältnis zu denen, die nur darauf reagieren. Und da dachte ich, anstelle einfach nur frustriert zu sein, es ist eigentlich eine geile Idee, seinen eigenen Inhalt nochmal zu verwerten, nachdem er reacted wurde, um den Inhalt so einfach nochmal querfinanzieren zu können. Am besten vielleicht sogar noch mit Sponsoren. Das wäre ja noch ein Trick. Und ich glaube, ihr habt da auch ein bisschen was davon, oder? Ihr erfahrt ganz schön viel über den Background. Aber im Endeffekt ist es genauso, wie man an TJs Reaction ja auch bemerkt. Es wäre nochmal besser, wenn Informationen schneller und vor allen Dingen klarer und verständlicher geliefert werden würden, oder? Ja, und ein Ort, wo ihr genau das bekommt, ist Blinkist. Ich muss sagen, ich hatte die App ja schon, als ich Student war und wahnsinnig viel für mein Deutschstudium lesen musste. Ich bin gar nicht mehr hinterher gekommen. Vor allen Dingen, als ich dann auch noch mehr YouTube gemacht habe und dann noch meine Unternehmen hochgezogen habe. Und damals habe ich nach Effizienz-Apps gesucht. Und dann habe ich Blinkist gefunden. Und dann habe ich Blinkist installiert. Und seitdem hat sich die App so krass weiterentwickelt, Leute. Sie haben mittlerweile über 5.500 Sachbücher und Podcasts im Angebot. Du kannst dir die Inhalte der meisten dieser Werke innerhalb von nur 15 Minuten einverleiben. Aber es wird noch besser. Ich habe ja mittlerweile literally eigentlich gar keine Zeit mehr, neben meinen Recherchen was zu lesen. Und am Ende des Tages lese ich eigentlich sowieso den ganzen Tag. Und Blinkist hilft auch dabei weiter, weil es die Inhalte mittlerweile sogar als eine Art Hörbuch anbietet. Sprich, ihr könnt also bei allem, wo ihr keine Augen oder Hände frei habt, nebenbei trotzdem geballte Informationen aufnehmen. Wie der Fürst von Nicola Machiavelli beispielsweise, den jeder mal gelesen haben sollte, der sich mit Politik auseinandersetzt. Und es wird noch besser. Ihr braucht in Zukunft nicht mal mehr klugscheißerisch eurem eigenen Partner die Fakten unter die Nase zu reiben. Der kann sich das über euer Profil auch bequem selber sammeln. Wie jetzt über euer Profil. Ja, es gibt jetzt nämlich Blinkist Connect. Da könnt ihr nämlich zu eurem Premium Account eine zusätzliche Person, die noch nicht mal ein eigenes Konto haben muss, hinzufügen. Das ist total easy und kostet nichts extra. Wenn ihr das alles mal ausprobieren wollt, klickt auf den Link da unten, dann startet eure 7-Tage-Test-Version. Und natürlich bekommt ihr dann 25% Rabatt für eure Premium-Mitgliedschaft, falls ihr am Ende überzeugt seid. Leute, es gibt so viel zu wissen da draußen, aber so wenig Zeit, um das alles zu erfahren. Macht es euch doch ein bisschen einfacher. Mit Blinkist. So, aber jetzt zurück zur React-ception. Fühl ich nicht so. Und ich sag euch... Ich, okay, vielleicht überzeugt ihr mich gleich vom Gegenteil, aber fühle ich nicht so. Ich hab das Gefühl, dass viele Leute durch die Body-Positivity-Bewegung mehr zu ihrem Körper stehen und ihren Körper mehr lieben gelernt haben. Weil das Ding ist, der Körper, was ich gerade sagte, der Körper ist krass. Der Körper ist krass einfach. Wir essen was und automatisiert checken wir einfach so. Also macht ihr einfach alles, was ihr tun soll. Wir müssen nicht immer darüber nachdenken. Der Körper ist krass. Und ich hab das Gefühl, dass mehr Leute das checken, dass der Körper krass ist. Dass mehr Leute einfach ihren Körper lieben gelernt haben durch die Bewegung. Aber was ich vorhin auch meinte ist, dass diese Bewegung ein bisschen zu weit geht momentan. Jeder Körper ist krass. Jeder Körper ist krass. Egal, ob du super dünn, super fett bist. Scheiß drauf. Das ist halt der Punkt. Also ich glaube, wir nehmen in unserer Gesellschaft viel zu wenig wahr. Nicht in unserer Gesellschaft, in unserem Leben viel zu wenig wahr. In unserem Alltagstrott, sag ich jetzt mal. Dass der Körper permanent einfach sehr viele Dinge regelt, ohne dass es uns auffällt und zu wirklich heftigen Leistungen imstande ist. Wie ich in dem Video auch dann gesagt habe. So ein bisschen unser kleiner Fleischroboter, zu dem wir einfach gut sein müssen. Und den kann man eben auch schulen. Den kann man mit entsprechenden Mitteln dazu bringen, besser zu funktionieren. Und über die einem selbst bekannten Grenzen hinauszugehen. Und es ist faszinierend. Wir haben viel zu wenig Liebe für den übrig irgendwie. Jeder Körper ist krass. Nur nicht jeder Körper ist gesund. Was wieder in die Ernährungsaufklärung reinspielt. Das ist halt wichtig zu sagen. Jetzt, wieso? Aber vielleicht überzeugt mich auch der Parabelritter, dass ich gerade scheiß labere. Nee, macht er absolut nicht. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Body Positivity. Wie kann er es nur wagen, über Body Positivity zu sprechen, dieser weiße CIS-Mail? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie er darauf reagiert. Ich habe das tatsächlich noch bei keinem... Also ich habe keine Live-Reactions auf das Video gesehen tatsächlich. Und ich bin gespannt, wie gerade dieser Move, der jetzt gleich kommt, da wirkt. Leute... Hä? Das ist doch scheißegal, welche Hautfarbe man hat. Also das ist... Also bei Dennis Gesundheit ist ja wirklich scheißegal, welche Hautfarbe... Ist es leider nicht. Ist es leider nicht. Aber das erkläre ich später auch noch. Oh Leute... Wisst ihr, ich bin behindert. Diese Prothese verbirgt im Alltag notdürftig, wie ich wirklich aussehe. Diese Prothese trage ich nur für Videos, damit nicht jeder zweite Kommentar unter dem Video ist, was ist mit seinem Auge passiert. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie meine Eltern auf mir knien und versuchen mit Glashaken eine viel zu dicke Schalenprothese aus meinem Kopf herauszuholen. So hat man das für über 20 Jahre noch gemacht. Das war kurz, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin. Aber er hat den Pass. Er darf drüber reden. Er hat den offiziellen Pass bekommen. Actually yes. Actually yes. Muss man halt einfach sagen. Muss man halt einfach sagen. Wenn ich jetzt da gestanden hätte und eigentlich keinen Grund gehabt hätte, außer Fakten irgendwie, mit denen ich arbeite, ich glaube, das Video wäre komplett gegen die Wand gefahren. Deswegen war es wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, weil man ja durch diese Prothese diesen Fakt auch oft so vergisst. Dass er über das Thema reden darf. Ich sollte so aussehen wie alle anderen, um mir zu... Aber ich finde jeder, der über das Thema reden. Gut. Finde ich nämlich auch. Also zumindest, wenn es Fakten passiert ist. Dass ich gemobbt werde. Aber es hat sich entzündet. Ich habe es nicht vertragen. Und dieser ganze Akt hat mich komplett traumatisiert. Für viele Jahre. Und damals... Das kann ich verstehen. Ging das nur auf diese Weise. Gute Frage. Reichen die Passprozente wenigstens für einen Parkplatz? Tatsächlich... Also das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich könnte... Es sind offiziell 30%. Ich könnte diese 30% auf 50% hochstufen lassen, was dann für einen Parkplatz reicht, sage ich jetzt mal. Das ist aber mit einem anderen Status in diesem System verbunden. Das würde bedeuten... 50% bedeutet, dass man in seiner Arbeit sozusagen, in seiner Arbeitsfähigkeit im Alltag stark eingeschränkt ist. Da ich ja eine Weile lang vorhatte, Beamter zu werden und im Schuldienst einzutreten und so. Nicht so geil tatsächlich. Nicht so geil. Deswegen habe ich das nie gemacht. Aus dem... Weil es mich im Alltag nicht so stark einschränkt. Dass ich mir denke, das müsste sein. Ja, ein Auge sind nur 30%. Ein Auge sind nur 30%. Ein Daumen sind 50% tatsächlich. Also kein Glasauge für kleinen Alex. Damals dachten die Ärzte noch, mein Gesicht würde sich aufgrund des fehlenden Drucks, den zum Beispiel so eine Prothese da machen würde, einfach verformen. Tolle Aussichten, oder? Das ist tatsächlich in... Also vielleicht mal ganz kurz persönlich noch was aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine Eltern hatten es echt nicht leicht mit mir als Kind. Ich habe echt von einer... Ich bin von einer Scheiße zur anderen gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hier beispielsweise, das ist gar kein Scheitel. Ja? Das ist eine Narbe. Ich bin nämlich mit einem Jahr gegen so einen alten Heizungskörper gerannt. So riesige Platzwunder, alles Mögliche. Also, es ist halt blöd, wenn meine Haarlinie zurückgeht, habe ich dann hier einfach so eine fucking Narbe auf meiner Stirn. Aber gut, dass es so mittig ist, oder? Deswegen fällt es nicht auf. Dann hatte ich mit zwei und drei Jahren Fieberkrämpfe, und zwar echt lange. Das war echt übel. Dann hat man, also als ich noch im Mutterleib war, hat man meiner Mama immer eine katastrophale Info nach der nächsten gegeben. Ich sollte erst Down-Syndrom haben, offenen Rücken, alles Mögliche an Behinderung und so weiter und so fort. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Und ob die Medizin einfach Anfang der 90er so unfähig war, da irgendwie sinnvolle Predictions abzugeben. Jedenfalls war meine Mama eigentlich permanent in Terror, was das anging. Und dementsprechend war die Schwangerschaft schon ziemlich schwer. Dann kam ich raus, dann war eigentlich alles in Ordnung. Dann kam mit einem Jahr das mit dem Auge, und das hat natürlich echt Nachwirkung gehabt. Deswegen bin ich auch Einzelkind geblieben. Also das muss man halt echt auch auf der Ebene sehen. Bis zur fünften Klasse wurde ich massiv gehänselt. Übrigens hat mich meine Mama berichtigt. Meine Mama hat mich berichtigt. Ich habe tatsächlich in dem Video Quatsch erzählt, weil ich nämlich nicht nur bis zur fünften Klasse gehänselt wurde. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Also ich bin tatsächlich, verprügelt ist das falsche Wort. Es war glaube ich in der sechsten Klasse oder so, bin ich mal verprügelt worden. Zumindest wurde ich angegriffen von einem, den ich allerdings noch von der Grundschule kannte. Der war dann aber auf einer anderen Schule und lauerte mir tatsächlich vorm Unterricht auf. Und hat sich dann auf mich gestürzt. Das hing alles noch damit zusammen und das zog sich wohl ein bisschen länger. Aber ich habe das irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Und ausgeschlossen von den anderen Kindern. Aber guck mal, Chat, das was ich gerade meinte ist, dass Baselty Positive nicht gescheitert ist. Klar, viele Leute würden wahrscheinlich fragen, was mit seinem Auge passiert. Das würde er abfacken, deswegen trägt er ein Glas Auge, verstehe ich. Aber Baselty Positive ist so weit gegangen, dass der absolute, absolute, absolute Großteil sagt, ja okay, dann hat er eben nur ein Auge. Ist doch trotzdem ein hübscher Mann. Schaut, scha- Oh, was? Oh, TJ. Oh, der wird ja fast ein bisschen rot jetzt hier. Schaut deine Mama alle Videos? Ja, Zeck, tatsächlich schaut meine Mama alle Videos. Mittlerweile tut sie das. Früher, als es noch Metal-Inhalt war, hat sie es nicht gemacht. Mittlerweile schaut meine Mama die Videos und gibt mir dann auch immer Feedback, was sie zu dem einen oder zu dem anderen Thema denkt. Tatsächlich. Deswegen, ich grüße meine Mama an der Stelle. Und deswegen sage ich bis jetzt immer noch, Baselty Positive ist nicht gescheitert. Weil ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren wäre das anders gewesen. Mittlerweile sind wir so sinselibisierend, also sind wir so drauf. Die Königin gibt Kritik, ja. Es gibt auch durchaus Kritik. Beispielsweise habe ich heute, ich habe mir vorm Stream erst wieder Kritik zu gewissen Hemd-Sakko-Kombinationen anhören dürfen. Das sei manchmal ein bisschen zu wild für ihren Geschmack. Ja, darauf, dass man sagt, ja, dann hat er halt eben nur ein Auge. Also ist doch vollkommen fein. Und wie ich schon gesagt, ich glaube, früher wäre das nicht so gewesen, vor dieser Bewegung. Deswegen bin ich nach der Überzeugung. Aber ich bin mal gespannt, was er noch sagt. Ich wurde literally deswegen verprügelt. Ich habe das für völlig selbst... Es tut mir übrigens echt leid, Alex, dass dir das passiert. Das ist scheiße. Das ist verständlich gehalten. Erst rückblickend ist mir aufgefallen, wie viel Scheiße ich... Also ich wurde in der Grundschule verprügelt und ich wurde dann offensichtlich dann trotzdem nochmal im Gymnasium verprügelt. Da war auch noch eine ganz unschöne Geschichte. Ich habe vorhin das gedroppt, dass ich mal Klassensprecher war. Da war auch eine sehr, sehr üble Geschichte, wo die dann auch meine Eltern noch mit reingezogen haben. Und so in dieser Mobbing-Situation hat mir meine Mama dann jetzt alles noch erzählt. Und das habe ich mich alles nicht mehr erinnert. Das hatte ich verdrängt. Danke für die Retraumatisierung an dieser Stelle als Kind erlebt habe. Aber was soll man machen, wenn man das Kind ist, das anders aussieht? Leute, das hat mich fürs Leben gezeichnet. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es irgendein Verständnis auf den Dörfern gegeben hätte für Menschen, die anders aussehen. Erst als ich es dann geschafft habe, meine Panik zu... Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass es nicht auch in Städten oder so anders ist. Ja, also ich kann es halt nur vom Dorf so sagen. Überwinden, auf eine neue Schule gekommen bin und da dann ein Glasauge drin hatte, zog für mich so eine gewisse Normalität ein. Weil dann sah ich nicht mehr behindert aus, sondern ich habe einfach nur geschielt. Schielen ist besser. Dann wirkt man nur noch ein bisschen anders. Und damit erwähne ich jetzt gar nicht die Demütigung, dass man mich auf eine Sonderschule deswegen schicken wollte. Übrigens ein krasser Punkt, ne. Das ist ein krasser Punkt, dass man das überhaupt in Betracht gezogen hat wegen eines Auges. Und was das für mein Leben bedeutet hätte, wenn meine Eltern das nicht auch als völlig schwachsinnig anerkannt hätten. Aber Body Positivity ist nicht die Bewegung, die kleinen einäugigen Jungs hilft. Ja, 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 ja. Ich hoffe, dass alle so reagiert haben. Ich hoffe, dass alle während des Videos so da saßen. Hä? Aber darum geht's doch. Dieser Überraschungseffekt. Weiß ich nicht. Ich glaub doch. Ich glaub doch. Denn Body Positivity ist nicht inklusiv. Schauen wir uns doch mal an, wo... Ich, ich find, ich find bis, bis jetzt sag ich doch. Vielleicht sagt ihr gleich nein. Zumindest so vorsichtig. Ich weiß, dass Gnu auch reagiert hat. Ich hatte Gnu auch gebeten, was für das Video, das danach kam, also für das Feminismus-Video aufzunehmen. Sie hat mir auch was geschickt. Ich hab dann allerdings nochmal so ein bisschen reflektiert und gesagt, hm, das ist ein bisschen zu heikel. Ich möchte sie jetzt damit nicht beschädigen, wenn das irgendwie falsch aufgenommen wird, falsch rüberkommt und falsche Reaktionen nach sich zieht. Deswegen hab ich sie dann final doch wieder aus dem Video rausgeschnitten. Aber da kommt noch was in Zusammenarbeit, sag ich jetzt mal. Wenn das Ganze herkommt, gehen wir doch mal ins Internet und überprüfen das. Aha, Body Positivity kommt vom Fat Acceptance Movement der 60er Jahre. Ursprünglich ging es da wohl um soziale Gerechtigkeit, Diversität, intersektionale Antidiskriminierung. Steht zumindest auf Wikipedia so. Das hat sich aber alles ganz anders entwickelt. 2012 begann der Begriff auf Instagram bekannt zu werden. Und was daraus geworden ist, hat... Alle, die ich gesehen habe, haben so verwirrt reagiert und vorsichtig widersprochen. Fantastisch. Dann hat das Konzept genauso funktioniert, wie ich es wollte. Habt ihr eigentlich alle gesehen? Eine Studie der University of Nevada von 2021 sagt, den Hashtags der Body Positivity Bewegung mangelt es an Diversität, da die Mehrheit der Top Posts gesunde, junge und weiße Frauen repräsentiert. Plattformen wie TikTok verhindern aktiv, dass Inhalte von offensichtlich behinderten Menschen verbreitet werden. Ja, also, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich könnte beispielsweise auf TikTok als einäugiger Influencer, könnte ich überhaupt keine Welle machen. Wie viele deutsche Influencer mit einer optisch sichtbaren, deutlichen Behinderung kennt ihr? Wie viele Influencer mit einer deutlichen optischen Behinderung kenne ich? Bei Leroy zählt es als Behinderung wahrscheinlich, ne? Dann Leroy Paraberitter. Wie, ich habe den Namen vergessen. Ich will jetzt auch niemandem irgendwas... Ich weiß nicht, ob es bei ihr schon eine Behinderung ist, aber ich glaube, sie heißt... Nehmen wir sie gerade einfach Nina. Ich will hier niemanden dis... Also, also ich, aber bei ihr ist auch... Sie, sie kenne ich auch. Bei ihr ist es auch im Gesicht... Also, glaube ich, dass er sie meint. Es gibt noch eine Dame, die... Deren Namen habe ich aber leider vergessen. Die hatte mal bei einem... Bei einem Funkformat mitgemacht und hat dann einen eigenen Kanal aufgezogen. Auch wieder auch. Ähm, ich weiß gerade nicht exakt, wie sie heißt. Drei bis jetzt. Fällt mir noch wer ein? Chat-Apo-Red. Wow. Mann, Freunde. Das ist hier eine ernsthafte Diskussion. Mach das so einen Scheiß. Mann, wir nehmen das Wort Behinderung nicht als Beleidigung bitte gerade. Ne, Gewitter im Kopf nicht, weil das ist nicht optisch. Okay, danke. Ah, Mann, Alter. Peter Fox hat eine Gesichtslähmung? Jette! Jette. Stimmt. Jette hieß sie. Die meine ich. Ich finde, Jan von einem Gewitter im Kopf, dass ich würde... Ich finde auch, dass man so sagen kann, weil man seine Tics halt sieht. Deswegen vier. Mh, 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 mh. Ich sag mal vier. Nach kleiner Überlegung fällt... Sag ich vier. Na? Genau. Weil es den Konsumenten irritiert. Weil es nicht standardmäßig schön ist. Aber wie viele kleine einäugige Jungs gibt es denn, die auf so eine Missrepräsentation hinweisen können? Die Studie stellt auch fest, dass die Hashtags, die diese Bewegung umgeben, vom Mainstream übernommen und verzerrt wurden. Oh nein, wie konnte das bloß passieren? Äh, ach so, wegen Geld. Ach ja, klar, genau, deswegen konnte das passieren. Erinnert ihr euch noch an diese DARF-Kampagne? Fantastisch. Selbst reflektieren. Einfach mutig. Der Beginn eines revolutionären Wahrnehmungsschifts. Was sehen wir denn hier? Wir sehen gesunde Frauen in gesunden Körpern. Meint ihr etwa, dass 2010 das hässlich war? Das... Worauf es hinauslaufen sollte bei dem Beispiel ist, dass es damals so als der Ursprung dieser Bewegung, also der Mainstream-Entwicklung dieser Bewegung angesehen wurde. Deswegen habe ich das ganz spezifisch rausgesucht. Menschen sich 2010 dieses Bild angeschaut haben und sich gedacht haben, bäh, dass man sie umerziehen musste, dass sie das als schön erkennen konnten. Nee, aber ich glaube, 2010 wären die Frauen noch mal ein bisschen dünner gewesen. Und dieses Bild sagt ja auch, ey, die sind ja nicht dick, aber diese Frauen sind nicht dieser ganz, ganz krasse, dünne Model-Standard, den man noch irgendwie so vor 15 Jahren hatte. Und deswegen, ich finde es auch klar, dass unter Body Positivity zu... Aber das ist ja gar nicht unter Body Positivity gebrandet. Das sind einfach halt normale Frauen on real curves. Also, aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass halt vor 20 Jahren die Frauen halt anders ausgesehen hätten. Und das normalisiert es halt... Was ist normalisiert? Das sind ja normale Frauen, Mann! Das React ist voll behind the scenes, making of... Ja, ja, genau. Deswegen denke ich, dass so ein React auf einen React auch ganz lustig sein kann, oder? Aber, keine Ahnung, ich... Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Dass ich keinem hier, keinem das irgendwie falsch aussehen kann von dem, was ich sagen möchte. Es ist halt realistischer, genau. Lina, wie du schreibst, es ist halt realistischer. Und es ist ja eine gute Bewegung an sich. Was wir übrigens nicht sehen können, sind Behinderung oder krankhafte Fettleibigkeit. Aber dazu später. Darf riskierte gar nichts. Und bekam... Nee, die riskierten auch nichts. Sieh auch so. ... haben dafür einfach ein Virtue-Orden angesteckt. Ein was, Orden? Virtue-Orden. Was ist ein Virtue-Orden-Chat? Angesteckt. Bisschen tokenartig. Absolut, die Reacception bitte öfter. Wirklich? Okay, alles klar. Also macht euch das Spaß auf die Art und Weise. Eine nicht weiße Hautfarbe mit reingemixt. Und Männer stehen da auch nicht. For fuck's sake. Also manipulativ as always. Aber irgendwie ist es niemandem aufgefallen. Hm, ich weiß aber nicht, ob das... Oh, jetzt wird er suspicious. Ob das die Kampagne sein sollte? Die Kampagne war ja on real curves. Das ist einfach nicht diese handtuchdünne Mod... Moment, Moment, Moment. Heißt das jetzt, ein Mann kann keine real curves haben oder was? Also bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Also es ist ja immer noch besser, als handtuchdünne Models zu nehmen. Hm, weiß ich nicht. Den Punkt fühle ich nicht so ganz doll. Ich weiß nicht, wie diese Kampagne exakt vermarktet wurde. Aber nur weil etwas nicht 100% perfekt ist, aber es trotzdem eine Verbesserung ist, finde ich es doof, draufzutreten auf etwas, was nicht 100% perfekt ist. Sondern eher, ich bin immer Fan davon zu sagen, okay, es ist eine Verbesserung. Darum ging es ja nicht. Es ging jetzt nicht darum, dass die Kampagne nicht alles komplett in sich begriffen hat, sondern darum, dass sie als Meilenstein etwas in Bewegung gesetzt hat, das dazu geführt hat, diese Entwicklung zu verwässern. auf Marketing-Ebene. Verbesserung da. Und das sollte man loben. Und dann könnte man sagen, aber nächstes Mal könnt ihr doch... Ich merke, meine Beiträge sind vielleicht auch für Reactions nicht ganz so gut gemacht, weil sie die ganze Zeit erst mal Bröckchen hinwerfen und das dann erst zusammenbauen zu einem Gesamtbild. Das könnten doch diese Leute mit inkludieren. Und nächstes Mal noch diese Leute inkludieren. Ich bin da mal Fan von, statt drauf zu hauen, zu sagen, du machst es noch nicht 100% perfekt. Genauso wie, dass ich halt mag Leuten zu sagen, ey, ich finde es cool, dass du vegetarisch isst und sagst, ey, vielleicht irgendwann vegan. Und dass man nicht sagt, warum bist du nicht vegan und haust drauf, sondern dass man sagt, hey, cool, dass du vegetarisch lebst. Vielleicht schaffst du in den nächsten fünf Jahren die Entwicklung zu vegan. Das erinnert mich an Robert Mark Lehmanns Aussage nach dem Milchvideo, die Vegetarier sind eigentlich die schlimmsten. Da bin ich zum Beispiel ich nämlich gerade. Ich bin vegetarisch, ernähre mich halt so viel vegan wie... Ich habe übrigens jetzt Erbsenmilch probiert und ich habe festgestellt, das ist meine Alternative. Erbsenmilch finde ich fantastisch. Das ist es, Leute. Erbsenmilch. Kann ich hier mal eine Lanze für brechen. Es geht, aber ich bin noch nicht ganz vegan. Und wenn mir jemand sagen würde, du bist noch nicht ganz vegan, man haut mich drauf, würde mich das eher abfangen. Und das steht stellvertretend für einen Großteil der Werbung, die darauf folgte. Und dass wir Werbung so viel Bedeutung in unserer Kultur... Klar, Werbung ist generell trash. Müssen wir nicht über... Ja, Mandelmilch ist geil, aber Mandelmilch gibt es halt so selten als Alternative in Kaffees beispielsweise. Erbsenmilch auch nicht. Und Mandelmilch schmeckt halt vielen nicht, habe ich das Gefühl. Hafermilch ist so ein Go-To-Ding. Das funktioniert zu den meisten Sachen, aber Hafermilch mag ich einfach nicht im Kaffee. Geht für mich nicht. Aber Erbsenmilch geht im Kaffee. Und da 99 Prozent der Anwendungsbereiche für mich, wo Milch eine Rolle spielt, ein Schuss in den Kaffee ist, habe ich damit sozusagen jetzt meine Alternative gefunden. Überreden, äh, Parabreden. Darüber müssen wir nicht reden. Ist eigentlich auch schon sehr, sehr traurig, aber was soll man machen? Die Message dahinter ist, du musst dich einfach nur selbst lieben. Also, wenn du gesund und gutaussehend bist. Habt ihr jemals eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Ich weiß ja nicht. Wenn du mal eine Werbung gemacht hast, Bruder. Habt ihr mal eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Also wirklich, ernsthafte Frage. Ich meine es ehrlich. Also, habt ihr jemals eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Ich frage wirklich aus Interesse. Warte, ich will gucken. Es ist Werbung für so ein Buch. Wir haben so eine halbe... Ey, komm! Komm! Halbe Werbung. Wir haben so eine halbe Werbung gesehen. Es ist so eine halbe. Außerdem habe ich dann Sonnenbrille auf. Ja, okay, aber nein, habe ich nicht gesehen. Eine Werbung, wo es nicht um Piraten geht, oder um Monster, oder irgendwelche Stereotypen, die dadurch dargestellt werden. Keine Bösewäsche, keine Schorken, keine Zykloten. Einfach nur... Vielleicht nochmal ein kleiner Fun-Fact an der Stelle. Oder ein Not-so-Fun-Fact. Zyklop war tatsächlich die Beleidigung, die sie mir aufgedrückt haben in der Grundschule und im Gymnasium später. Also Zyklop war es. Quasimodo. Warum auch immer, weil es echt kein... Also es hat halt mit Augen eigentlich nichts zu tun, aber es hat sich irgendwann verselbstständigt. Und natürlich der Klassiker Prinzenrolle. Das ist natürlich für die Körperbilder generell auch ganz geil gewesen. Ich habe immer so ein bisschen gestruggelt mit dem Idealgewicht, vor allen Dingen als ich jünger war. Und das waren so die drei Go-To-Beleidigungen, die ich mir da täglich mehrfach anhören durfte. Ein Mensch unkommentiert mit nur einem Auge. Kennt ihr nicht, weil es sich nicht lohnt. Es gibt das Stereotyp der physischen Attraktivität. Menschen, die wir attraktiv finden, den schreiben wir unterbewusst sehr viele positive Attribute zu. Ja, das auf jeden Fall. Dass es so ist, ist total dumm, aber es ist halt leider so. Ob sie sie verdienen oder nicht. Wir können Leute auch aus anderen Gründen attraktiv finden. Beispielsweise aus Attitüdenähnlichkeit. Ich verlinke euch dazu mal eine Studie da unten. Just saying. Aber es gibt sehr, sehr viele evolutionäre Standards und ein paar, die kulturell geprägt sind. Uns zu negieren, dass wir denen unterliegen, ist unwissenschaftlich. Also spart es euch bitte einfach gleich. Wenn sich Firmen gegen diese Standards entscheiden, kostet sie das automatisch Geld. Es macht für Firmen keinen Sinn, Werbung zu produzieren, die außerhalb dieser Richtlinien läuft, weil sie ansonsten einfach Geld verlieren. Und einer der entscheidenden Faktoren ist Symmetrie. Echt? Krass. Ja, aber es gibt auch Werbung. Das mit der Symmetrie ist übrigens wirklich interessant. Also, weil das eigentlich Gesichter sind, bei denen wir sagen, das ist ja eigentlich total langweilig. Man mag doch eigentlich Charaktergesichter, aber es stimmt nicht. Wissenschaftliche Erkenntnisse widersprechen dem. ...weil mit Leuten, die nicht so dem normalen Schönheitsideal entsprechen. Gibt es auf jeden Fall. Klar, die alle, 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 alle meisten Werbungen sind einfach Barb, hübsche Frau, hübscher Mann, Barb, hier, Werbung, gib ihm. Aber ich finde, das meinte ich ja vorhin, die Entwicklung geht halt dahin, dass man nicht nur diese typischen, typischen Models nimmt, sondern halt auch ein bisschen abseits davon. Klar, noch nicht alle inkludiert, aber die Entwicklung ist da, finde ich. Ein Auge zu haben, ist nicht symmetrisch. Ihr seht auf diesem Plakat von Darth eine Reihe von wunderschönen, gesunden und vor allen Dingen auch mit hübschen Gesichtern versehenen Menschen. Deswegen haben auch die Plus-Size-Models symmetrische Gesichter. Ja, krass. Auf die Symmetrie habe ich so nie gehört. Das ist halt echt so ein Punkt, das ist mir auch erst in der Recherche so richtig aufgefallen. Ach, das ist krass. Sie halten sich noch nicht mal an ihre eigene Message und ihr bemerkt es nicht. Ihr lasst euch von... Also, ich habe es auch nicht bemerkt, ja? To be fair. Und das ist auch so ein Punkt, das möchte ich an der Stelle noch mal sagen. Das ist so dieser klassische Lehrer-Effekt, den wir hier haben, ne? Der Lehrer ist der Klasse immer eine Stunde voraus. Ich erzähle das und dann wirkt es so, ja, der spielt sich schon wieder auf, blabliblupp, und der weiß immer so viel. Ich weiß das auch nur, weil ich das alles gelesen und zusammengearbeitet habe, ne? Also, obviously. Obviously. Firmen an der Nase herumführen, die so tun, als ob sie tatsächliche Diversität der Optik zelebrieren würden, obwohl sie es nach wie vor nicht tun. By the way, mir ist es persönlich völlig egal, ob es einäugige Models gibt. Ich fühle mich davon nicht unterdrückt. Ich fordere keine Quote, weil ich weiß, wie Werbung funktionieren muss. dass dieser Glaube immer noch existiert, dass Firmen... Ja, weil das Ding ist... Ja, Alex, ich bin nicht der Messias aller anderen. Der Messias. Ja, ist so. Ist so, Leute. Firmen machen ja auch nicht Werbung mit Plus-Size-Models, einfach aus der Nettigkeit entgegen, sondern einfach nur, weil es ihnen was bringt. Firmen machen nur Werbung, weil es ihnen was bringt. Also, man muss eine Firma eben als unemotionales Ding sehen. Ist halt so. Ist halt so. Und es ist ja... Es liegt doch nah. Es liegt doch so nah. Und ich finde es unverständlich, dass es so viele gibt, die das irgendwie vergessen, wenn die Firma plötzlich anfängt, die Werte zu verbreiten, die sie auch cool finden. So von wegen, hey, das ist jetzt ein Ally. Nee. Es gibt Firmen. Es gibt... Du bist das Target. Das ist dann die Erkenntnis daraus eigentlich. Vor allem so kleine Firmen, die sich für echt coole Sachen einsetzen, auf jeden Fall. Aber so Riesenfirmen, die sind unemotional. Die wollen einfach nur fett Geld verdienen. Ja, unemotional halt. Firmen sich für Menschen interessieren. Leute, was ist... Ich rede jetzt übrigens von großen Kampagnen davon. Es gibt vor allem in dem Influence... Ich verstehe jetzt gerade auch noch nicht, warum mich so viele Leute auf die Reaction hier hingewiesen haben. Es ist doch ein gutes React bis jetzt. In dem Bereich gibt es auch viele coole Kampagnen, die auch viele Leute inkludieren, die nicht nur auf maximal Profit aus sind, sondern auch auf, hey, wir wollen halt auch zum Beispiel nachhaltig sein. Wir wollen... Wir wollen auch auf Dinge aus sind, die nicht maximal Profit orientiert sind. Vor allem kleinere Kampagnen gibt es davon. Aber so Riesenkampagnen sind komplett drauf fokussiert. Wir wollen Geld verdienen. Was ist los mit euch? Und dann merkt ihr, wie wir abgedriftet sind. Das führt einfach komplett an dem vorbei, worum es eigentlich gehen sollte. Kinder sollten lernen, drüber hinwegzusehen, wie andere Kinder aussehen und zu erkennen, dass sie auch... Jetzt muss ich mal schauen, ob die von Teeling Models symmetrisch sind. Tenron! Ey! Wenn sie anders aussehen, keine Menschen zweiter Klasse sind. Das ist die Grundsache, auf dem das alles fußen sollte. Und nicht, welche Firma verkauft mit welchem Virtue Signaling welches Produkt an wen. Fühl dich doch einfach schön, so wie du bist. Ja, sie schieben die systematische Verantwortung einfach weg, überlassen dir das Problem. Du musst dich fragen, warum du dich aber trotzdem nicht schön fühlst. Und dann verkaufen sie dir Make-up. Das ist genau der zynische Humor, auf den ich Bock habe. Naja, Make-up ist aber okay zu verkaufen. Die meisten Marken produzieren ihre Kleidung einfach für Mini-Größen und skalieren sie dann einfach nur hoch, weil ist uns doch egal. Noch absurder ist... Ja, aber man kann sich ja schön fühlen, wie man ist. Man kann sich aber auch schön fühlen, wenn man sich, äh, aufgrasst. Wenn man sich schminkt. Ich bin auch gerade geschminkt, Chad. Echt? Krass. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Ha. Hätte jetzt keiner gedacht von euch. Und das ist vollkommen okay. Weil ich mich so wohl fühle. Also ich, also nicht viel, aber ich habe mir ein bisschen cremes Gesicht geklatscht. Ach so, ja. Also da kann ich an der Stelle, da kann ich an der Stelle auch mal ein, ein, äh, weil wir hier gerade so bei, bei Revealed sind. Äh, ich habe jetzt auch angefangen mit, äh, Gesichtspflege. Ich bin, äh, ich bin, äh, äh, letztens von einer Visagistin darauf hingewiesen worden, dass ich, wenn ich so weitermache, mit meiner trockenen Haut, äh, bald extrem tiefe Falten bekommen werde, wenn ich da jetzt nicht anfange, irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit hinzuzufügen. Werbeblock startet. Nein, 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 nein. Es ist schon wieder vorbei, es ist schon wieder vorbei. Dass manche Firmen, die mit Plus Size Modeln werben, diese Größen überhaupt nicht anbieten. Um genau zu sein, hat sich nichts verändert. Die Menschen, die tatsächlich ein bisschen Repräsentation und Unterstützung nötig gehabt hätten, ich meine, ich gucke doch auch immer kritisch. Logisch kriege ich da Falten. Hier, diese, diese Falten hier, die kommen nur vom kritischen Gucken. Werden nach wie vor ausgeschlossen, weil man sie einfach nach wie vor für zu hässlich hält, um mit ihnen Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt der ganzen Awareness. Wie weit sich Brands mit ihrem Virtue Signaling Anbietern Was ist Virtue Signaling? Ich muss kurz googeln. Virtue Signaling. Eine vorwiegend im angelsächsischen Sprachraum verwendete Bezeichnung für das zu schaustellen von Ansichten, welche die moralische Korrektheit der eigenen Positionierung zu einem bestimmten Thema demonstrieren und gleichzeitig als besonders zustimmungsfähig erachtet werden. Ich weiß nicht, wie das dieser Satz mir gesagt hat. Kennt ihr das für den Satz lest? Aber einfach, aber einfach, ich wusste gar nicht, dass der Begriff in Deutschland so unbekannt ist. Aber ich muss noch zugeben, ich gucke halt auch viel, viel englischsprachigen Content und da bin ich manchmal irgendwie, da finde ich manchmal auch nicht die Worte, die hier vielleicht irgendwie mehr für den Punkt stehen. Es gibt einfach englische Begriffe, die Sachen fantastisch knapp zusammenfassen können. Und dann nutze ich die einfach ganz gerne. Einfach nicht den Inhalt versteht? Okay, wenn man moralisch... Welche Farbe bekommen deine Beauty-Videos? Das ist eine gute Frage. Können wir mal was vorschlagen. ...korrektheit demonstrieren möchte, aber diese moralisch Korrektheit besonders zustimmungsfähig ist. Aber noch dazu. Ah, okay, sowas wie, seid nicht rassistisch. Ist moralisch korrekt und alle würden mir zustimmen. Das ist Virtuous Seconding. Okay, okay, okay. Alter. Und Produkte an Menschen verkaufen, während diese dann weiteren Probleme internalisieren können. Womit für diese Menschen noch viel mehr Schaden... Wirklich. In Huxus, ich habe tatsächlich auch an Schwarz gedacht. Für die Beauty-Videos. Ich würde Parabelsritter, da musst du aber studiert haben. Ich, ich, ich... Digga. Parabelsritters, wir sind hier gerade bei Inklud... Inkludi... Inklu... Sie... Wissen wir, ne? Bruder, du musst dumme Menschen wie mich inkludieren. Ich, ich... Ah, 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 ach, komm. Das ist, das ist echt, das ist niedlich jetzt. Das ist niedlich, ey. Einfach mal komplett self-geroastet hier. Komm nicht mit sonst. Bitte, wenn du über Inkludierung redest, inkludiere auch etwas nicht so gebildete Menschen. Also mal ganz ehrlich, Leute. Ist es... Ich habe... Ich habe mir bei dem Video schon Mühe gegeben, weil ich weiß, dass ich bei meinen... bei meinen Exposeds oder bei den... bei den orangenfarbigen Videos teilweise wirklich... Ich schreibe es halt als Essay, ne? Und da ist es anders formuliert, als man es einfach so sprechen würde. Klare Sache. Bei den silbernen Videos versuche ich es schon mehr wortwörtlich auszudrücken. Wie findet ihr das bei dem Video? Ist das noch zu hoch gestochen oder ist es schon verständlich? Das würde mich mal interessieren. Weil ich habe... Ich habe mir an der Stelle schon Mühe gegeben. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Die hellste... Birne auf der Kerze. Ne. Die hellste Kerze. Die hellste Kerze auf der Torte. Das Ding ist... Ich dachte... Der Satz gerade war wirklich als Joke gemeint. Aber wirklich, wenn du nicht studiert hast, du kommst bei diesen Videos nicht mit. Du kannst sie nicht gucken. Ich würde sie aber gerne gucken. Er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt. Und ich muss sagen, ich arbeite dran. Ich arbeite dran und deswegen investiere ich gerade viel Zeit in der Verarbeitung der Texte, in der Umarbeitung der Texte zu etwas, was wieder einfacher verständlich ist, ohne dass es Bedeutungsverlust beinhalten würde. Aber ich kann nicht, weil das... Weil das... Weil da sind so viele Fachbegriffe drin, dass ich nicht inkludiert werde in dieses Video. Parabel bitte, Ritter. Bitte inkludiere mich in dieses Video. Ich will es verstehen können. Erkläre Dinge. Mach unten so wie bei Sam & Rose Wahl zu Anmerkungen. Das bedeutet dieser Begriff. Ganz for real? Ich... Ah, stimmt. Das hatte ich mal gemacht. Das habe ich wieder sein lassen. Das habe ich vergessen. Das habe ich schlicht und einfach vergessen. Ich fände es wirklich angebracht. Vielleicht fühlt ihr das nicht, aber ich fände das wirklich angebracht. ...erzeugt wird. Denn Body Positivity ist hart toxisch. Denn nachdem man jetzt... Ne, fühle ich auch nicht. Ich finde dich nicht toxisch. Ne, ne, ne. Es gibt da toxische Menschen. Es gibt auch im Feminismus richtig toxische Menschen, die mich hier richtig abfacken. Aber Feminismus ist auch was Gutes. Und Body Positivity ist auch was Gutes. Verstanden hat, es liegt ja alles nur an dir, dass du dich schlecht fühlst. Johnny Crane schreibt gerade, ich finde es aber auch sehr angenehm, wenn man jemand nicht wie Rezo quatscht. Nichts gegen Rezo, ich mag ihn. Naja, es ist halt ein anderes Zielpublikum. Mein Zielpublikum ist halt im Schnitt immer älter als ich gewesen. Und auch nach wie vor ist das so. Und das finde ich in Ordnung, weil die brauchen ja auch Content, ne. Und wenn Rezo oder TJ jüngere Menschen ansprechen, ich spreche halt eher ältere Leute an. Halt doch mal stolz. Kam dann schon der nächste Zug. Was, wenn du dich nicht attraktiv fühlst? Obwohl man es dir sagt, dass es an dir... Aber allein für sowas lohnt sich ja dann schon eine Reacception. Das stimmt. Das stimmt. Da ist TJs Video aber gerade auch eine gute Grundlage für eine Reac... Oh, ich kann... Ich kann gewisse Sachen einfach auch nicht aussprechen, ey. Es ist halt einfach so. Re-Exception. Was ist los mit dir? Das erzeugt Stress. Kann ja gar nicht sein. Denn jeder ist doch schön. Also muss es hier ja irgendwie dran liegen. Aber das... Das ist halt auch eine kleine... Ein kleiner Twist, ne. Ich finde, man kann da bei beiden Seiten... Beide Seiten sind verantwortlich. Ich finde, die Leute sind verantwortlich, dass sie dir sagen, du bist eine tolle Person und du bist schön, so wie du bist. Aber ich finde, man muss auch... Klingt das vielleicht hart. Und das habe ich auch noch nicht perfekt drauf. Aber man muss auch selber auch an sich arbeiten, dass man sagt, hey, ich bin eine hübsche Person. Ich bin auch weit davon entfernt. Manchmal fühle ich mich mies hässlich, Alter. Ich bin absolut nicht da. Aber ich finde, ich muss trotzdem einmal lernen, dass ich mich hübsch finde. Okay. Also das ist jetzt was, das ich bei TJ nicht erwartet hätte tatsächlich. Gerade, weil er ja auch so, ähm... So körperbetont auf Social Media unterwegs ist und war. Und weil er ja auch Sportler ist mittlerweile. Und da er ja wirklich krass gestählt ist mittlerweile, ne. Das ist... Ja, ein interessanter Einblick. Das hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Man muss auch selber was machen. Man darf nicht nur die Schuld auf andere schieben. Aber man darf auch ein bisschen die Schuld auf andere schieben. Ich gucke weiter. Ich gucke weiter. Sorry, Chad. Das ist leider irrational. Das ist ein... So, und jetzt stell dir mal vor, wenn sich Leute, die diese Aussagen von attraktiven Menschen hören, sich fühlen sollen. Ja, gut. Aber guckt mal. Das ist, das ist aber, guckt mal, das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich der Punkt. Wir strugglen nämlich scheinbar alle ein bisschen da dran rum. Dass wir nämlich scheinbar alle denken, dass wir nicht attraktiv sind. Ob andere jetzt denken, wir wären attraktiv. Also ich persönlich halte mich jetzt auch nicht für sonderlich attraktiv. Und ich habe ein riesengroßes Problem mit meinem Hintern. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich habe echt Komplexe diesbezüglich. Und das ist halt wieder die nächste Ebene. Ich war überrascht, dass TJ das von sich sagt. Ihr seid sicherlich überrascht, wenn ich das sage. Und so setzt sich das fort. Unwissenschaftlicher Wunschtraum. Der Hintergrund ist natürlich, dass es für das Selbstbewusstsein... Zeig doch mal die Kamera, ja. Hört auf, ey. ...gutes, wenn man schön genannt wird, ja. Und dass man mit mehr Selbstbewusstsein eben mit weniger psychischen Anstrengungen durchs Leben gehen kann. Das ist die gute Seite des Movements. Das ist das Unterstützenswerte. Aber es ist leider viel zu kurz gedacht und viel zu oberflächlich. Und es hat schlimmen... Du hast einen Hintern, ekelhaft. Nebenwirkungen. Wie man es besser macht, erkläre ich euch am Ende des Videos. Alex, schon mal Page Rangers für deine Texte verwendet, um die Verständlichkeit zu prüfen? Was ist denn das? Ach, da geht es doch um SEO. Ja, nee, sowas nicht. Boah, ich bin gespannt. Okay, ich bin sehr gespannt. Langsam wärme ich mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Das Schlimmste, das Toxischste daran ist eigentlich, dass es ein identitärer Kampf geworden ist. Wer jetzt ein Problem mit diesem automatischen Stolz hat, der allem aufobtruiert wird, beispielsweise sagt, krank... Das Wort, okay, das Wort obtruiert ist wirklich ein Wort, das ich echt sein lassen sollte. Ich... Das ist wirklich etwas... Der wird zum Unterdrücker erklärt. Allein diese Worte im Jahr 2022 auszusprechen, führt zu einem Shitstorm. Nö, ich hab das nochmal ausgesprochen, wer hat das immer ausgesprochen. Wenn ihr mies übergewichtig seid, ist euer Körper nicht mehr so gesund, wie als wenn ihr nicht so übergewichtig seid. Ja, aber das basiert doch jetzt gerade auf dem Video, dass der Aufhänger des Videos war. Punkt hinaus. Führt schnell zu Herzinfarkt, führt schnell zu Tod. Ist ganz klar. Und das ist eine ziemlich offensichtliche Seite der Toxizität dieses Movements. Also ich bin sehr gespannt. Alex, das ist die Germanistenkrankheit. Ja, ich denke auch. Obwohl Obtruieren jetzt kein deutsches Wort ist, aber gut. Aber nur ganz nah, na, 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 jetzt muss ich sagen, jetzt widerspreche ich dir ganz doll. Es gibt Leute, die sagen so eine Scheiße, aber das ist ein ganz kleiner Prozentsatz nur. Die aller, allermeisten sind so, ja, dieser Körper ist nicht so gesund wie ein... Ja, es kommt ja, das, worum es geht, ist, dass sie medial viel Aufmerksamkeit bekommen. Und in den Staaten ist das halt schon sehr viel weiter und sehr viel toxischer geworden. Und es beginnt in Deutschland auch. Und deswegen, ähm, dieses Video zu Anfang war für mich der Aufmacher, äh, nicht der Aufmacher, das war für mich der Hinweis darauf, dass hier langsam was wirklich mies ins Rutschen gerät. Und da wollte ich kurz ein bisschen nachsteuern. Körper, der vielleicht ein bisschen mehr Sportmann und nicht so viel Gewicht drauf hat. Das ist klar. Bei 13 Fragen, Freunde, muss ich leider sagen, sind, ich mag das Format sehr, aber das sind manchmal auch ein bisschen extreme Meinungen. Das ist nicht die Mitte der Gesellschaft, muss ich leider so sagen. Schaut in die Kommentare, mal sehen, ob ich recht habe. Und Aktivistinnen wie die Dame in dem 13... Na, vielleicht habe ich auch einfach nicht recht, also ich meine, ich habe ja offensichtlich auch nicht recht gehabt, ja. Die Bewertung ist top, Bruder. ...Fragenformat beweist, dass ein Trend... Ja, die war halt lost, sorry, aber... ...aus den USA mittlerweile nach Deutschland geschwappt ist. Nämlich das Abfeiern von ungesunden Verhaltensweisen und die orthodoxe Wissenschaftsnegation. Wir werden immer dicker und die Pandemie hat das jetzt wieder befeuert. Jeder dritte Deutsche hat während der Pandemie zugenommen, von denen im Schnitt 6,5 Kilo. War bei mir auch so. Also kann ich ganz, kann ich so komplett bestätigen, waren mindestens 6 Kilo. Egal, du hast doch das Recht, dich schön zu fühlen. Nein! Rauf aufs Laufband! Werd das wieder los! Das ist die komplett falsche Botschaft! Jetzt bin ich gespannt. Ah! Nein! 6,5 Kilo. Ah, egal, du hast doch das Recht, dich schön zu fühlen. Nein! Rauf aufs Laufband! Werd das wieder los! Das ist die komplett falsche Botschaft! Kommen wir einfach... Fühle ich nicht so den Satz. Ich finde, man hat das Recht, dich schön zu fühlen. Das war nicht... Ah! Auch wenn man übergewichtig ist. Aber was ich am Anfang meinte... Darum ging es nicht. Es ging darum, dass die Message, die hier verbreitet wird, ja der... Das Toxische ist, ist doch egal, ob du jetzt 6,5 Kilo zugenommen hast. Du bist trotzdem schön. Don't mind! Dann wären es halt immer mehr Kilos. Egal. Das ist die falsche Message. Es ist nicht, dass man sich gut fühlen soll, sondern dass es gefährlich ist, wenn einem gesagt wird, na bumms, egal, ob es immer mehr wird. Schön fühlen, einen schönen Körper... Also man kann sagen, ich finde übergewichtige Körper schön, aber übergewichtige Körper sind nicht gesund. Schön ungleich gesund. Das ist exakt mein Punkt, TJ. Das ist exakt mein Punkt. Schön ungleich gesund. Würde ich nicht die Aussage. Würde ich nicht so sagen selber. Ich finde, jeder hat das Recht, sich schön zu fühlen. Immer weniger mit den Konsequenzen unseres eigenen Handelns zurecht. Hauptsache Safe Space. Scheiß auf die Konsequenzen. Ich hab da eine Theorie. Ist das vielleicht ein Trend, der deswegen entstanden ist, weil Influencer mehr Bestätigungen bekommen, wenn sie den Leuten einfach die ganze Zeit Honig ums Maul schmieren und ihnen nicht die unangenehme Wahrheit ins Gesicht sagen? Quasi Lügen für Likes, was so eine Art Kultur sich entwickelt hat? Ernsthafte Frage. Ist eine Theorie von mir. Es ist bequem, sich zu sagen. Und weil das meine Theorie ist, bin ja auch so ein Typ, der einfach immer nur unangenehme Sachen droppt. Ich weiß nicht, dass das Problem ja die Gesellschaft ist, die einem einredet, dass das falsch sei. Anzuerkennen, dass es die Biologie ist, die dir sagt, du killst gerade deinen Organismus, ist halt anstrengend und schmerzhaft. Ich meine, am Ende ist es jedermanns eigenes Problem, wobei, wobei, die Konsequenzen tragen wir ja über die Krankenkassen alle gemeinsam. Also es geht ja noch weiter. Eine Studie aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Schluss, dass diejenigen, die ihr Übergewicht und ihre Adipositas unterschätzten, mit 85 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit versuchten, Gewicht zu verlieren, als Personen, die ihren Gewichtstatus genauer identifizierten. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Das ist halt die Grundaussage, dass das eine sozusagen das andere nach sich zieht. Dass, wenn man Leuten einredet, hey, dein Körper ist gesund, so wie er ist, dass sie dann einfach ihren Körper nicht ändern. Die toxischen Auswüchse dieser Bewegung gefährdet aktiv Menschenleben. Sehen nur ich das so? Und neben diesem Auswuchs der... Aber das meinte ich auch am Anfang von meiner Reaction. Ich bin gar nicht gegen die Sachen, die Parabel Ritter sagt. Ich bin ja auch dafür, Body Positivity geht momentan zu weit, dass Leute sagen, ja, ich bin fett, ich bin massiv übergewichtig, ich bin gesund. Ich bin gespannt, was er am Ende sagt, wenn ich das mit der Body Neutrality formuliere. Und so wie ich bin. Das ist falsch. Du bist schön, so wie du bist. Du kannst dich schön finden, wie du willst. Aber du bist halt nicht mehr gesund. Das ist halt wichtig zu sagen. Oder dein Körper ist nicht so gesund, als wenn er, ja, Normgewicht wäre. Wenn mich einfach nur an Ideocracy erinnert, muss man sagen, dass Body Positivity einfach versagt hat. Beauty Trends haben währenddessen weiter dazu geführt, dass sich Menschen schlecht... Wer von euch kennt Ideocracy? Gebt euch mal Ideocracy, falls ihr es noch nicht kennt. Als es rauskam, habe ich das gesehen und dachte, haha, was für ein lustiger Film. ...gefühlt haben, dass sie sich gezwungen gesehen haben, einem favorisierten Körper. Kann es sein, dass jeder, der hier in diesem Stream ist, Ideocracy kennt? Notwendigerweise, weil... Ist das vielleicht der Grund, warum wir alle hier sind? Sind wir alle nur deswegen hier, weil wir alle Ideocracy gesehen haben? Ist es das, was uns kaputt gemacht hat? Sind wir deswegen so desillusioniert und müssen uns solche Streams antun? ...bild anzupassen. Frauen auf der ganzen Welt haben sich an den Kardashians orientiert und sich Implantate in ihren Körper einsetzen lassen. Ja, haben wir gerade ein Video drüber geguckt. Ist auch auf meinem Kanal hier, falls ihr das auch sehen wollt, über Jasmin Gnu. Da haben wir ein Video gesehen, warum man den Kardashians auch heute entfolgen sollte. Könnt ihr euch auf meinem Kanal auch gerne angucken. Klar, das ist Überlost. Schönheit in die Rale Nacht zu jagen ist Überlost. Aber ich bin eigentlich auf der genauen Seite, auf derselben Seite wie Parabretter, nur ich benenne Dinge anders. Das war natürlich auch... Und das ist halt oft auch das Thema, wie benennt man Sachen? Hatten wir ja gerade, Sprache kann verbinden, Sprache kann auch trennen. Auch mit enormen Gesundheitsrisiken verbunden. Der Brazilian Butt Lift, ja? Der Brazilian Butt Lift hat so viele Menschen umgebracht, einfach. Sie ist also mindestens eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen überhaupt mit einer Mortalitätsrate von 1 zu 3.000. Boah, im Deck, imagine, jede 3.000 stirbt einfach. Hört sich jetzt gerade an, ja? Das ist übel krank, oder? Das ist übel krank, wenn du 3, 3, also eine von 3.000, aber imagine wie viele... Also die Wahrscheinlichkeit mit meinem Auge, ne? ...ist 1 zu 100.000. 1 zu 100.000. ...OPs gemacht werden schon. Wie viele Menschen da schon gestorben sind. Also nur weil ein bisschen curvy jetzt in war, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem... Aber Übergewicht schön zu reden fördert eben auch Übergewicht. Mh, also, okay, wir malen uns mal kurz die perfekte Welt. Das ist doch gerade so der Punkt gewesen, der in dieser Studie dargestellt wurde. ...welt. Wie ich sie gerne hätte. Wir malen mal kurz. Ich würde sagen, in meiner perfekten Welt kann man sagen, hey, du bist schön, so wie du bist, aber du bist nicht gesund, so wie du bist. Und Leute checken diese Unterschiede. Weil das Ding ist, jemandem zu sagen, du bist hässlich, weil jemand übergewichtig ist, finde ich den falschen Weg, muss ich ehrlich sagen. Es tut mir leid. Das ist ja aber auch nicht das, das ist doch nicht das, was ich gesagt habe. Aber die Person kann trotzdem schön sein. Und sie hat auch das Recht, sich schön zu fühlen. Vielleicht seht ihr das anders, aber das ist meine Meinung. Ich finde, jede Person auf der Welt hat das Recht, sich schön zu fühlen, hat das Recht, ihren Körper schön zu empfinden. Aber nicht jeder Körper ist ja gesund, das meine ich halt gerade. Krasse, krankhafte Aus... Weil auch die Weise nicht zu sagen, du bist übergewichtig, du bist fett, deswegen bist du jetzt hässlich, ist auch ja für die mentale Gesundheit ja voll scheiße. Darum geht's doch nicht. Das ist ja auch doof, wenn man Leuten einreden muss, ja, du musst dich jetzt hässlich fühlen, weil du übergewichtig bist. Das fühle ich nicht so, Chad, muss ich ehrlich sagen. ...Auswirkungen nach sich gezogen hat. In den 90ern war übrigens das hier der Beauty-Standard. Der sogenannte Heroin-Chic. Guess what? It's back. Ein Aufschrei ging durch das Netz. Leichenartig dünn sein ist jetzt wieder im Trend. Findet ihr das schön? Ich bezweifle nämlich wirklich, dass die Allgemeinheit das überhaupt als schön wahrnimmt. Genauso wie die abstrusen Formen, die dieser Kardashian-Hype angenommen hat. Aber das ist egal. Nee, wenn was zu dünn ist, ist das auch nicht mehr geil. Es passiert einfach. Schönheitschirurgen wie beispielsweise Professor Dr. Mang können bestätigen, dass sich Frauen jetzt reihenweise ihre Implantate wieder entnehmen lassen. Beispielsweise auch Influencerinnen. Ja, die Melancholie, die wir jetzt alle spüren in diesen Tagen, die passt natürlich sehr gut zu diesem Heroin-Chic. Und Drogenmissbrauch ist ja nach wie vor ein glamouröses Thema in der Jugend. Also, perfect match, nicht wahr? Make-up-Tutorials. Oh, TJ hat sich in dem Moment gar nicht angesprochen gefühlt. Alkohol ist halt auch keine Droge, ne? In Deutschland ist Alkohol einfach keine Droge. Trenden, die vorgeben, wie man Augenringe vortäuscht oder wie man sich die Augen so schminkt, dass es aus... Ach, das galt gerade so im Chat. Klar. Logisch. Ist ja eine Reaction. Ich dachte jetzt gerade, es bezog sich direkt auf eine Aussage von mir. Nevermind. ...sieht, als ob man gerade geheult hat. Auf TikTok schlucken Kids das Diabetes-Medikament Osempic, was dazu geführt hat, dass es Versorgungsengpässe für wirklich Diabetes-Erkrankte gab. Ist das... ...geheult hat. Auf TikTok schlucken Kids das Diabetes-Medikament... Hä, ist das nicht eine Spritze? Versteht ihr, was ich meine? Ein falsches Wort und sofort hängen sich alle dran auf. Und deswegen ist es mir so wichtig, das so durchzudefinieren. ... ... muss ich leider sagen. Ja, wir haben ja gerade vorhin erst ein Video mit Sascha gesehen. Ist halt leider doch so. Also das Ding oder ein Konkurrenzprodukt davon kostet 1300 Euro die Woche. Ich glaube, die wenigsten nehmen das. Für wirklich Diabetes-Erkrankte gab. Die Anzahl neuer Essstörungen hat sich laut AOK zwischen 2010 und 2016 verdoppelt. Safe auch das einfach wegen Social Media. Laut aktueller Studie des RKI. TikTok canceln. Ich kann es nur immer wieder sagen. Sind es 21,9 Prozent. Ist da jemand perfektionistisch? Nein, ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Jugendlicher zwischen 11 und 17 Jahre, die an einer Essstörung leiden. Das ist krass. Die Frage ist nur, was die Essstörung hier gerade, was die Definition von Essstörung hier gerade ist. Was 32 Prozent der Mädels eine Essstörung haben. Ne, ja doch 32 Prozent der Mädels finde ich schon hart. Aller Jugendlicher zwischen 11 und 17 Jahre, die an einer Essstörung leiden. Magersucht hat eine Mortalitätsrate von 5 bis 10 Prozent, meine Freunde. Unter den weiteren Kleidern der letzten Jahre verbargen sich dieselben Serious Size Models. Mittlerweile wieder unverblümt anorektisch. Der Heroin-Schick kommt wieder in Mode und alles ist so wie früher. Aber ich finde, diese Mode-Dinger haben nichts mit Body-Positivity zu tun. Body-Positivity. Also klar wird es auch Überschneidungen geben, klar. Aber das sind halt Mode-Bewegungen, die zum Beispiel Kardashians fördern. Das ist ja nichts mit Body-Positivity. Das ist einfach, ja okay, Leute eifern ganz krass irgendwelchen Mode-Idealen nach. Aber man sagt ja nicht, das zählt unter die Body-Positive-Bewegung. Versteht mich nicht falsch, Leute. Ich finde es tragisch. Ich finde es absolut tragisch, dass Influencer, Firmen, identitäre Gruppen diesen Begriff genommen haben und ihn missbraucht haben, um damit Geld zu verdienen oder sich ein besseres ansehen. Okay, das ist eine dumme Kampagne. Body-Empowerment with Real Woman. Einfach vier super attraktive, dünnere Frauen. Das ist stupid. Da gebe ich ihm recht. Das ist scheiße. Zu konstruieren. Es wäre doch jetzt fair an dieser Stelle zu sagen, sie haben doch damit trotzdem positive Impulse gesetzt und in der Gesellschaft etwas zum Besseren verändert, oder? Sie waren schon von Anfang an auf dem Holzweg. Ich lehne Body-Positivity ab. Denn auch mit Body-Positivity hört eines... Aber... Na, TJ? Na, TJ? Ja, jetzt. Achtung. Ich bin wirklich gespannt auf die Auflösung gleich. Ob er dann merkt, dass sie die ganze Zeit dasselbe gefordert haben. Ist Body-Positivity einfach sich so schön fühlen, wie man ist? Das habe ich... So habe ich den Begriff immer verstanden. Dass man sich einfach in seinem Körper wohlfühlen darf. Dass man einfach sagen kann, ich fühle mich schön, so wie ich bin. Scheiß drauf, was ihr alle sagt. Selbst wenn man übergewichtig ist, hat man das Recht, sich schön zu fühlen. Was nicht heißt, dass es gesund ist. Sache nicht auf und zwar, dass wir über die Attraktivität von Körpern sprechen. Wertung findet... Oh, ich glaube, da hat er an der Twist nicht mitgekriegt, dass es jetzt quasi darum geht, es geht immer noch um die Attraktivität der Körper. Trotzdem noch statt. Nur, dass die Wertung jetzt quasi sein soll, jeder Körper ist schön. Aber das ist objektiv betrachtet völliger Unsinn. Nicht jeder findet alles schön. Nicht jeder kann... Nein, jeder soll sich schön finden. Jeder soll sich richtig schön zu finden. Das war Body-Positivity für mich immer. Nicht jeder kann überdurchschnittlich groß sein. So funktioniert das nicht. Das ist unlogisch. Dabei haben wir eine große Entwicklungsaufgabe vor uns, dass wir lernen müssen in der Gesellschaft, Körper nicht mehr abhängig zu machen von Fashion-Trends. Und das Auftreten von dem Heroin-Schick macht das jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Wir müssen anfangen, unsere Körper und deren Bedürfnisse ernst zu nehmen und da die Balance zu finden. Nicht die Schönheit, sondern die Gesundheit unseres Körpers muss im Zentrum stehen. Ja, da habe ich im Vorhinein recht. Auf jeden Fall. Stimme ich dazu. Body-Positivity hätte für Menschen wie mich da sein können. Für die, die nicht einfach mit einem Ernährungsplan beispielsweise ihr Anderssein verändert. Nein, nein. Hör mir doch bitte noch diesen einen Satz zu. Bitte, bitte. Ich finde, Body-Positivity hat dazu beigetragen, dass jetzt bestimmt mehr Leute einfach, also bestimmt mehr Leute, ihn oder auch z.B. junge Kids in der Schule, die z.B. auch mal ein Auge haben, dass die als, dass die mehr inkludiert werden, dass die mehr dazu, dass sie mehr dazugehören. Ich finde, dass das, selbst wenn es nicht 100 Prozent ist, also es wird noch nicht 100 Prozent sein, auf keinen Fall, aber es wird eine Entwicklung gegeben haben, dass man wenig... Ich kenne da noch jemanden, der Videos zu früh pausiert. Das ist halt das Problem an Reactions, ne? Ein Auge, was ist denn da los? Sondern einfach... Man müsste die Videos eigentlich immer im Vorfeld sich angucken, resümieren, irgendwas, andere Quellen dazu lesen und dann eine Erkenntnis daraus formulieren, aber wir leben ja nicht in dieser perfekten Welt. Und nicht für Menschen, die ihren ungesunden Lifestyle damit rechtfertigen. Und ich für meinen Teil kann unfassbar glücklich darüber sein, dass sich mein Gesicht eben doch nicht verformt hat, so wie die Ärzte das vermutet haben. Weil ansonsten würde ich hier nicht stehen und zu hunderttausenden Menschen sprechen. Dessen bin ich mir bewusst. Und die, für die diese Bewegung gar nicht da gewesen... Aber warum nicht, hä? Wenn sie sein Gesicht verformt hätte, würde er nicht vor hunderttausenden Menschen nichts hier sprechen? Nicht? Warum nicht? ...war, die haben sie toxisch und schädlich gemacht. Der Aufschrei, dass Harry und Schick jetzt wieder in Mode kommt, der zeigt, dass eine gewisse Awareness entstanden ist. Die Erkenntnis, dass wir gesellschaftlich zu stark manipuliert werden. Und hier könnte Body Neutrality die Lösung sein. Positivity sagt, alle Körper unabhängig von ihrem Aussehen sind schön. Neutrality hingegen sagt, das ist völlig egal. Es spielt keine Rolle. Es ermutigt die Person, sich darauf zu konzentrieren, wie ihr Körper funktioniert und nicht darauf, wie er aussieht. Das hier, der Körper, das ist ein eigener kleiner Fleischroboter, der dein Gehirn spazieren trägt. Und wenn der kaputt geht, hast du ein Problem, weil du da nämlich nicht aussteigen kannst. Ja, voll, 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 voll. Also musst du dich drum kümmern und das Getriebe geölt halten. Im Gegensatz zu Body Positivity sagt die Neutrality aus, dass der Wert der Person sich nicht über die Äußerlichkeit definiert. Erst wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, haben wir es wirklich geschafft. Es ist absolut fantastisch, wenn du dich selber schön findest. Aber wenn du es nicht schaffst, zu Fuß in den zweiten Stock zu kommen, dann musst du dringend etwas für deine Gesundheit tun. Voll, voll. Und was da auch mit drin steckt, für den Kopf ganz wichtig, dass man sich nicht immer attraktiv fühlen muss als Person. Es ist okay, wenn es Tage gibt, wo man sich eben nicht attraktiv fühlt. Dieser ständige Druck der... Das, das darf, stimme ich mir voll ganz zu. Das Ding ist, bei den allermeisten Tagen bin ich auch einfach zufrieden, wie ich aussehe. Es ist einfach so, ja, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Aber, zum Beispiel letzte Woche hatte ich auch so zwei oder drei Tage, wo ich mich einfach echt eklig gefühlt habe. Ich war einfach so, jo, nee, ich fühle mich einfach scheiße. Ich finde mich hässlich, bababa. Äußerlich gesehen jetzt. Aber auch so dumme Sachen, wie, wenn ich denke mir so, boah, voll der wacke Body habe ich hier. Alter, ich sah mal besser aus. Hatte eine bessere Form, war mehr in Shape etc. und so was. Und war einfach sehr negativ drauf. Ich sah auch mal besser aus und war auch mal besser in Formen und war auch mal mehr in Shape. Aber da war ich nicht unbedingt in der besten, die beste Version meiner selbst tatsächlich. Auch so, ne? Und das ist ja okay, dass ich auch solche, dass man solche... Es geht dabei, geht es darum, dass einem eben aufgrund dieser, dass einfach auch Druck ausgeübt wird im Hinblick auf, du musst dich aber schön fühlen. Und wenn du dich nicht schön fühlst, gibt es doch da ein Problem. Tage hat. Und so, das Ding ist, ich stimme Parabere in aller, aller weißen Sachen zu. Ich nenne die Dinge nur anders. Oder ich bezeichne Dinge aber nur ganz leicht anders. Sonst stimme ich die Folgen ganz in allen Sachen ein Po zu. Das kann nämlich extrem frustrierend sein, vor allen Dingen, wenn von jeder Werbeplattform, auf jedem Instagram-Profil einem die ganze Zeit Hashtag Selflove entgegenkommt. Gerade wenn dann so Punkte dazukommen wie das Altern. Wir bewerten Attraktivität für uns, zwar subjektiv, aber wir bewerten sie. Und zu behaupten, dass wir das abstellen könnten, das ist Humbug. Was passieren sollte, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der uns diese Beurteilung bewusst ist. Also wir uns nicht einreden, dass wir diese Beurteilung nicht ziehen dürfen oder dass das, was wir denken, falsch ist, weil ja alle schön sein müssen. Sondern dass wir wissen, dass es eine subjektive Bewertung ist, aber dass sie für die Bewertung der Person als Mensch keine Rolle spielt. Dass wir lernen, das zu trennen. Und das ist, worauf Buddy-Neutral ist. Für mich fühlt sich das halt an, als ob das nochmal eine Extra-Ebene ist. Also quasi die nächste Stufe, die man erreichen muss. Weil die Stufe, die man aktuell hat, nicht erreicht. Die nicht ausreicht. Das verlangt aber echte Entwicklungsarbeit von Leuten. Und deswegen ist es anstrengender, als einfach in den Kommentaren ein You Slay Queen zu schreiben. Das ist mir sowieso viel zu royalistisch. Moment, ich heiße Prinz, ich müsste mich eigentlich umnennen. Habe ich recht? Oder bin ich komplett verrückt geworden? Da ist auch wieder ein Witz, der komplett verpufft ist. So ein 1A-Dead-Joke. Schreibt es mir mal. Ich habe jetzt gleich ein Auge auf die Kommentare. Ja, das funktioniert. Solche Witze funktionieren immer. Prima. Abonnier doch mal bitte diesen Kanal. Da du ja sowieso regelmäßig vorbeischaust, ist das einfacher für uns beide. Das Ding ist, ich würde gerne regelmäßiger vorbeischauen, aber die Videos zu gucken, fordern einfach eine maximale Hinleistung. Bruder, bitte. Es ging um Inkludierung. Inkludiere bitte auch dumme Menschen wie mich. Dankeschön. Okay, also ich nehme mir das als Arbeitsauftrag tatsächlich mit. Ich nehme mir das als Arbeitsauftrag mit. Aber fandet ihr das Video jetzt zu kompliziert formuliert? Denke ich. Bis dann, Tschüssikowski. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ab in die Kommentare. Ja, bei den allermeisten Dingen gebe ich ihm recht so. Ich benenne halt ein paar Dinge ein bisschen anders. War auf jeden Fall ein schönes Video von dem Mann. Und ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das seht. So. Nein, es muss nicht jeder mitreden. Weiß ich nicht. Also das ist so ein Punkt, ich fände es schön, wenn jeder mitreden könnte. Also wenn ich, ich würde sehr gerne mit meinen Inhalten jedem helfen irgendwie. Mein Anspruch ist eigentlich, Dinge zu erklären und zu vereinfachen und Menschen an Diskussionen teilhaben zu können oder an Themen teilhaben zu lassen, die sie ansonsten vielleicht übersehen würden oder nicht mitbekommen würden oder die einfach zu komplex sind, als dass man es mal nebenbei im Alltag irgendwie verarbeiten kann. Weil ich teilweise ja wirklich Tage an solchen Zusammenfassungen sitze. Und da ist es einfach, also es ist quasi, ich denke mir, das ist so eine Art Service, den ich da leisten kann. Und wenn ich dann als Kritik höre, naja, die sind einfach zu schwierig und zu aufwendig und man versteht ja sowieso nicht, worum es da geht, dann ist es ja ein Stück weit irgendwie nicht zielführend fürchtig. Aber ja, also man kann am Ende des Tages, kann man es nicht allen recht machen, man kann nicht jeden erreichen. Das ist so ein Punkt. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass es irgendwie kontroverser ist, wir haben halt einfach die Sachen, also wir haben halt eigentlich dieselbe Ansicht von Dingen und dieses Body Neutrality Thema ist halt dieses On Top und das ist so ein bisschen, das ist halt neu, diese Perspektive einzunehmen. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre ganz sinnvoll, ein Video darüber zu machen. That's it. Das ist so ein Punkt.